Das ist ein Ort, der dir endlose Möglichkeiten bieten kann. Das sind nicht irgendwelche Inseln, die wir gebaut haben. Und wenn ich sage endlos, dann meine ich auch wirklich endlos. Sondern Inseln, die wir programmiert haben. Ich bin so aufgeregt. Aber mach dich jetzt schon mal auf etwas gefasst. Denn es passieren merkwürdige Dinge auf dem Server. Wahrscheinlich sterben wir deswegen. Genau, ich sage es auch. Sehr merkwürdige Dinge. Oh ja, ich sehe Hexen, Alter. Oh nein, der kommt da. Oh, achto, achto, hinter dir, hinter dir. Nein, 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 nein. Shit, Alter, hier überschwemmt alles. Oh, ich höre Lohen. Gast, Alter. Ich habe den Gast gekillt. Oh, jetzt habe ich getroppt. Oh, schon wieder. Was? Warte, ist das unsere Base? Oh mein Gott, Alter. Join jetzt und entdecke mit uns Mix Island. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020